so weiter geht's ich hoffe mal ich habe das jetzt mal neu gestartet dass das hier es war zu den krokokadavern da rein so ist es die plattform muss die kugel vielleicht da drauf anstatt meiner und dann tut sich irgendwas ich bin doch so ein wolfsbog das ist aber hier so fantastisch spiele da versagte er total ich bin doch mit tuken spiele nehme ich einfach hier doch ich könnte uns von aber doch was ist denn hier mit da kann ich nicht von mir da dran springen auch nicht wo sind die äh der kopfhörer ist ja blöd runter die zarten arm muss ich auf meinem nicht existenten bauch legen ich habe natürlich auch total schlankes eine waschbettkugel so die tue ich jetzt am besten so als könnte ich das das kann ich jetzt vergessen dann stelle ich mich mal drauf und 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 doch hier hoch das ist aber blöd also armeenlich komme ich hier zu einem Ziel ich muss wohl erstmal hier gegen drauf gehen dann wechseln ich habe die Richtungen jetzt ist das ja so jetzt habe ich das so was mache ich denn ich muss doch aus dem Bombe ranflähen zu mir ach warte mal ach ich bin so doof ich glaube irgendwie ich sehe aber auch kein Gefläch zu dem das hier verändert doch mal schießen so das ist die Richtung bis jetzt ich habe jetzt wieder die Bombe hingelegt keine gute ohne Hirn durchtube Lara Troft bitte vergessen sie nicht hier nein das ist mir schon mal passiert die Bombe liegt ja noch klar was ist denn wenn ich jetzt hier wieso breit das denn nicht mehr ich habe jetzt mal weg jetzt müsste sich das aber kurzzeitig in eine andere Richtung gegeben drehs mich mal anders hallo wir haben so sind So, dann dreht sich das in die Richtung, Chaka. Schießen, Bombe. Bombe, das ist doch gar nichts. So, das geht jetzt so. Ach man, das ist das. Das kann wirklich ein langes Session dauern hier. Ach man. Das war doch gar nicht so geplant. Ich wollte doch vollkommen skill behaftet hier. Die Minuten schneller das Rügen. Vielleicht hätte ich mal da bedenken sollen, dass ich das bin, der ich spiele. So, jetzt ist das so. Jetzt gehe ich da rüber. Meine Güte, das ist ja unglaublich, ich schaff das. Schaff ich das? Jeder andere in zwei Minuten. Ich brauche das jetzt ein wenig länger. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Kann man sich verfreulich kaum halten. Hallo. Krieg das Wasser wieder anzukochen hier? Oh, meine Güte. Diese energie Aschbahn ist hier. Die Wurden schaltet? Ja. So, jetzt muss ich hier irgendwie, ähm, ach das hat sie glaube ich noch nicht erledigt mit der Kugel. Ich könnte mir vorstellen, ich könnte mir vorstellen, dass ich die Kugel an die ich natürlich nicht mal rankomme noch mal hier brauche. Verdammt. Ähm. Achso, ich komme gar nicht mal raus. Das sieht wie ein, laufe schnell und sterbe ebenso schnell aus hier. Irgendwann gehen die Dinger runter. Was ist denn los hier? Ja, da machen wir erstmal hier. Nehmt die Beine in die Hand und schnell! Nimmt die Freude in die Hand, glaubt du uns das ganze Land und drängt jetzt ab zum Wahnsinn. Mit Glück und Verstand könnten wir das sogar schaffen. Ey, was ist denn hier? Wenn ich irgendwas jetzt mal einsammeln muss, dann wäre ich das sowieso passiert. Ich lebe noch. Ich lebe noch. Nur noch etwas weiter. Ich sehe ja noch auf mich. Das ist doch total unfair. Jetzt juckt doch meine Nase. Das ist der Nasenjuckschwierigkeitskran. So, so. Ich bin nicht gestorben. Es ist ja auch fantastisch. Wie? Weiter geht das nicht kaputt? Baut ich aber nicht mal zusammen. Doch. Das einfach nur zurücklaufen kann. Das ist natürlich die wesentliche. Aber der hat sich wieder wieder gestartet, bei dieser Stufe. Der hat ja dann den Gnadenbonus bekommen. PlayStation erkennt mich an meinem Skill, dann ist es gnadenhalber wieder hier, oh was ist das, ein Sack voller Gold, das Glück ist mir, wo wir holen, da liegt kein Sack so voller Gold, Sack, seit das Video extra so spät rangehen, weil ich nicht damit leben konnte, dass ich das jetzt heute nicht geschafft habe, das kann es ja wohl nicht sein. Ach, wir haben es geschafft! Ein Fuß, ein Fuß! Das Bonso ist Adidas, oder nein, oder das gibt's ja noch Rebook. So, zurück zum Schein. 4, 4, 4, 5, 4, 9, 8, benutzt, ach, die Bomben, die ich dann benutzt habe. Hab ich irgendwas geschafft? Nimm keinen Schaden durch heißes Wasser. Ist doch normal. Super, Chris. Halle einsammeln. Hm, vielleicht muss bestimmt, ja, muss sowieso. Welchen Wahn? Oh, da stehen die anderen, die schildern hier wieder ab. Eh, alles egal. Oh, Laura, mach doch mal alleine. Wir sind aus der Nummer raus. So, ach, was bin ich mir eigentlich hier so bescheuert? Oh, raus! Raus, raus! Wir müssen das erledigen. Wie ich schon mal erwähnt habe, wir haben keine Zeit, um keine Zeit zu haben. Ach, hier waren wir dieser Shit. Ach, hier bin ich wieder rausgekommen. Da habe ich mal eine Bombe, nur so zum Spaß. So, wo muss ich denn jetzt hin? Ich muss ja erst wieder zum Tempel zum, um den Füster hinzulegen. Oh, die Grafik ist da nicht nett anzugucken. Wenn jetzt die Grafik detailliert hat, wäre, und die Kamera würde näher ran suchen, dann wird das bestimmt auch so ein nettes Spiel hergeben. Das ist eine andere Kamera-Perspektive. Verdammt wäre es ja wieder ein normales Tomb Raider. Das normale Tomb Raider würde mir das so aufgefallen. Da wird schon eine Story. Wie geht denn? Story. Kein Mensch. Da ist ein... Da ist ein Spiel. Das ist ein Spiel. Das braucht keine epischen Storys. Da hat sich eh einer aus der Rippen gesaugt. Ich kann mir auch eben so gut selbst aus der Rippen saugen, die Story. Oh, ja. Kann man da rauf? Ja. So, da war ich. Ich muss auch zurück. Wie fehlt diese Linie? Warum gibt es hier keine Linie, die mir das Ziel zeigt? Ich muss mich auch noch selbst orientieren. Ah, hier. Bald ist Osiris stark genug, um so weg zu beziehen. Noch ein Fragment. Und wir müssten bereit sein für ihn. Noch ein Fragment. Da sind wir bereit für die Modenschau. Wie einst ist er? So weit bin ich schon? Ach, hier. Hallo? Und doch verarschen noch ein Fragment. Hier noch Holly. Die Teile frei. Die Uhr, sie piepst. So wunderbar. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Fünf Stück brauche ich noch. Noch ein Fragment und wir sind bereit für ihn. Was haben die eigentlich geraucht, die Leute hier? Kann ich auch... Wie waren die da so total fertig aussehen? So, was zeigt mir die Statue an? Achso, ich wollte das, wie sie passiert. Okay, verliehen wir keine Zeit. Das letzte Fragment wartet. Das ist schwer, das letzte. Ich bedanke mich fürs Gucken des Videos und hoffe, dass es einigermaßen Spaß gemacht hat. Ja, sagen wir mal gar nicht. Die Hauptsache ist, dass es Spaß macht. Besonders leerreich wird das wohl nicht sein. Und tschüss.